Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge ARK nach langer, langer, langer Zeit. Die letzte Zeit, ich war jetzt bestimmt in der Woche nicht mehr drin, da habe ich eigentlich nur noch geguckt, dass die Dinos nicht verhungern, aber denen geht es anscheinend gut. Das nehme ich mir nochmal eben mit hier. Also ich habe ARK echt vernachlässigt, gebe ich ehrlich zu. Muss ich tatsächlich zugeben. Ich hatte aber auch nicht mehr so wirklich Lust auf ARK, also ich weiß nicht. Irgendwie, ähm, ah, der läuft weg. Aber ich frage mich gerade, ich meine, es gab ein Update, was das da hinten ist. Das sieht so aus wie ein Gorilla, habe ich noch nie gesehen, mit so komischen Glitzer, mit so komischen Punkten. Er hat so eine Weihnachtsmütze auf, es kann sein, dass der so eine Lichterkette halt um hat für Weihnachten. Aber ich habe das Vieh halt noch nie gesehen. Jetzt habe ich das Fernglas nicht dabei. Oh, das kommt mir sehr gelegen gerade. Ah, ja. Okay, nice. 15 rohes Fleisch, das ist ja zumindest etwas. Jetzt sehe ich nur gerade nichts. Und ich weiß nicht, wo das Vieh ist. Er stapft immer noch da hinten rum und haut immer auf den Boden drauf. Das ist schon krass. Okay, Tür ist zu. Da hinten kommt noch mal gerade ein Airdrop. Der braucht aber noch eine gewisse Zeit, bis der hier ist. Okay, das ist relativ weit weg. Das leuchtet so. Das ist die Sonne. Also irgendwie ein bisschen seltsam hier. Sieht so aus, oh da hinten ist ein Raptor. So ein bisschen mit dem Licht hier, seht ihr das? Mit dem Licht hier ist es irgendwie so ein bisschen komisch gerade. Soll angeblich jetzt auch wieder Tag werden. Das heißt, es wird jetzt auch ein bisschen heller. Aber ihr seht ja da hinten am Gewächshaus und so, da ist nichts weiter gemacht worden. Oh, da hier unten ist auch noch mal ein Raptor. Da unten ist auch noch mal ein Raptor. Alter, was ist denn hier los? Ey, überall Raptoren. Überall Raptoren. Oh, hier. Muss ich mir nochmal erinnern. Ich habe nicht so viel rohes Fleisch. Ich brauche viel mehr rohes Fleisch. Ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt bei ARK noch so machen soll. Also natürlich, wir wollten die Schneelandschaft und so, aber ich habe im Moment auch Miss Survival. Das ist im Moment so, da habe ich nicht wirklich Lust drauf. In 7 Days to Die, da haben wir jetzt selbst einen Server angefangen, weil der Server, auf dem ich gespielt habe, komme ich nicht mehr drauf. Da sind immer null Mitspieler und ich komme da nicht drauf. Es gab aber auch ein Update. Jetzt muss man die Sachen so skillen, damit man die lernen kann. Das heißt, die ganzen Blueprints, die ich gefunden habe, sind auch für die Cats. Das macht mich so ein bisschen traurig. Das sieht wirklich aus, als hätte ja so eine Lichterkette um. Also es könnte einfach so eine Weihnachts-Edition sein, sage ich jetzt mal. Aber ich würde gerne wissen, was das generell für ein Dino ist. Das sieht wirklich so aus wie so ein Gorilla. Wenn ich wüsste, wie stark der ist. Aber ich habe keinen Bock, den jetzt anzugreifen. Obwohl ich Fleisch brauche, aber... Ist denn hier nichts mehr, was ich... Oh, ein Papagei. Oder? Ach nee. Ich wollte schon sagen, Papagei. Oh, das ist so ein nerviger Flugdiener, der mich jetzt angreifen wird. Ich meine, ich brauche eh das Fleisch. Wenn ich ihn treffen würde. Oh, der macht mir... Der macht aber gut Schaden. Krass. Ich habe jetzt nicht so ganz darauf geachtet, welches Level der ist. Ich habe die beide auf Passiv gesch... Okay, der ist Level 9. Ich habe die beide auf Passiv geschält und trotzdem greifen die an. Das wundert mich etwas. Ich muss mal direkt hier wieder respawnen. Ich hoffe, dass er die nicht platt macht. Aber eigentlich sind die relativ stark. Der eine ist hier. Wo ist denn der andere hin? Da unten. Okay. Okay. Also das ist echt krass. Okay, der greift mich aber so jetzt nicht an. Das heißt, ich werde mal eben die... Die Tiere wiederholen. Ich werde mal direkt wieder hier parken. Oh, muss ich nochmal echt? Das leckt tatsächlich ein bisschen. Wahrscheinlich gerade hier wegen dem AirDrop. Verhalten. 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 Dein Ziel angreifen. Äh, passiv. Verhalten. Okay. Das ist schon mal in Ordnung. er landet nicht also wenn die da landen sollen landet nicht da drauf der schwanze befolgen deaktivieren so das war doch gerade auch auf aktivieren also irgendwie ein bisschen komisch naja ist ja auch nicht und den muss ich auch auf passiv stellen auf jeden fall er landet nicht drauf ist komisch irgendwie ist das echt so ein bisschen okay so den hier verhalten halten neutral passiv okay aber der ist ja auch mit drauf gegangen eben wundert mich auch so ein bisschen befehl folgen aktivieren das heißt der sollte mir jetzt auch nicht folgen ist klar sehr gut dann haben wir das schon mal ich habe jetzt nicht damit gerechnet dass der dass der so stark ist das nehmen wir uns noch mal eben alles mit hier die tun wir wieder hier rein alles klar das und das komm dann nehme ich mal alles mit damit er hier boah 37 rohes fleisch krass okay wenigstens dafür hat es sich auf jeden fall gelohnt dann kann ich den ganzen kram hier mal wieder wegschmeißen alles klar haben wir auf jeden fall schon mal genügend rohes fleisch das war eigentlich mein ziel für heute öffnen das kann man ganz gut gebrauchen geil ein kompostbehälter und noch mal ein kleines beet das sind alles sachen die wir die ich echt gebrauchen kann den kompostbehälter kann ich dann noch mal da aufbauen ah nee das ist das ist da so durchgewachsen ich habe echt gedacht da würde was wachsen hätte mich auch gewundert weil ich jetzt wirklich lange nicht mehr online war okay die sache mal hier weg hier habe ich noch mal eine feder viel platt gemacht das sehe ich gerade ja komm ich packe das jetzt einfach mal hier hin ähm so können wir später immer noch mal aufräumen alles klar das packe ich auch mal hier mit rein einfach die pflanzenfasern hier jetzt können wir den kompostbehälter direkt mal befüllen da hält das länger drin das hält so eine halbe stunde und jetzt hätte das fünf tage das ist in ordnung dann fütter ich noch mal eben schnell die 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 dinos die flug dinos obwohl die da keinen schaden also irgendwie wundert es mich dass sie sich mal eben sehen wie viel schaden hat der kaum und der auch nicht so im etat öffnen da machen wir gewicht und noch mal ausdauer und dann kriegt er hier ja gut ein bisschen hunger hat er das hat er mir aber auch gar nicht angezeigt stapel halbieren dann kriegt er hier auch noch mal ein bisschen was alles klar ich vertippe mich immer ich habe recht lang keine arg mehr gespielt ruhig zu meiner verteidigung dazu sagen so das kommt auch weg dass das und das ist schon von alleine aber er hatte echt nicht so viel hunger so ok wie sieht das aus der hier ok die haben beide auf jeden fall ist wieder genug am start dann mache ich hier mal eben schnell die türe zu ich habe jetzt nur eine eisenaxt dabei das sind gar nicht so schlimm ich will mir das viel dahinten mal angucken ok ergreift nee nee der greift ich habe jetzt gedacht er würde da unten ist glaube ich so einer der etwas klaut das ist auch nerviger da habe ich jetzt eigentlich nicht so lust drauf aber ich möchte mir das ist ein 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 ach wie heißen die ein faultier ist das ein faultier habe ich noch nie gesehen ist das neu krass ok da unten ist echt so ein nerviger dino dieser ganz kleine da hinten habe ich jetzt keine lust drauf zu essen haben die dinos auch also die flug dinos auch genug das ist jetzt auch kein problem aber das vieh sieht ja mega geil aus würde ich mir gerne zähmen muss ich ehrlich gestehen ich glaube das wird tatsächlich das ziel das nächste dieses vieh zu zähmen das sieht ja mega geil aus und ansonsten was läuft hier und kreucht hier sonst noch so rum ja hier ist eigentlich immer recht ruhig also hier laufen immer so ein paar ok da hinten ist ein stego hier laufen sonst immer so ein paar federvieh rum jetzt sehe ich gerade keins da oben läuft ein raptor da hinten läuft ein spuckdino ich gucke nochmal eben hier so ein bisschen um also hier ist sonst eigentlich immer alles voll mit federvieh das ist ein spuckdino ein raptor nice ich habe eigentlich aber er kam von der anderen seite entlang gelaufen ah ey jetzt ich habe es gewusst jetzt macht mich echt echt so ein so ein spuckdino fertig krass ich habe mich gewundert der raptor der ist echt mit zwei schlägen mittlerweile down geil ich gehe mal eben schnell meine sachen holen da gucke ich mich auch nochmal ein bisschen um ich habe eigentlich gedacht ich lasse mich jetzt halt vom raptor äh äh killen weil da habe ich eh keine chance aber deswegen habe ich mich auch umreißen lassen aber der war ja wirklich mit zwei schlägen war der ja platt aber hier laufen auch wirklich viele rum und die haben so eine krasse äh so eine krasse ähm jesus ich musste mal eben hier ich musste jetzt ah da unten laufen die kleinen drohnen rum ah ich bin halt wirklich nicht mehr äh im game drin ich wollte r drücken um alles aufzunehmen wie bei seven days to die das hat nicht funktioniert ich wusste dass es hier auch so ne so ne äh taste gibt um alles aufzunehmen aber ich ich kam jetzt nicht drauf was war das denn ah hier könnte man ne alles übertragen da kommen die rest äh so machen wir das mal hier fallen lassen und boah ich muss echt mehr arg wieder spielen krass geht ja gar nicht gar nicht mehr im spiel drin heftig ok da hinten ist auch nochmal ein raptor so wie das ne das müsste ein spuckdino sein aber die haben so ne krasse äh range von der aufmerksamkeit her ähm die kommen von so weit her angelaufen und reißen einen dann runter das ist echt heftig ok da hinten kämpft irgendwas da ist ein spuckdino der gerade gegen kompis kämpft tatsächlich ok ich meine noch mehr fleisch ist eigentlich sinnlos zu holen weil das verdorbt eh ich kann die auch jetzt gerade gar nicht ausnehmen ich wollte mich jetzt hier eigentlich nur so ein bisschen umgucken mal schauen was hier los ist so ei 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 ich hab schon damit gerechtet dass hier irgendwo ein federvieh ist das ist das ich hatte echt so zwei richtig schöne boah ich würde so gerne einen kampf gesehen gegen das faultier ein federvieh gegen das faultier der hat so ein richtig ja das ist der der hat so ein richtig schöne streifen an der seite aber die verhungern so schnell da muss ich immer so hinterher sein ähm weil der geht wirklich down ich hab ja schon mal eins verloren äh oh oh das ist interessant das möchte ich jetzt mal gerne hier sehen eh die haben doch gerade gekämpft oder nicht komisch er chillt er chillt hier ist halt immer ein federvieh also aber den federvieh kennen wir mittlerweile und können wir uns dann auch zähmen das ist ja kein problem wir wissen ja auch wie es sich verhält und alles aber das vieh da hinten das wird mich echt interessieren also ich werde vielleicht irgendwann mal nochmal so ein federvieh holen aber boah da muss man so auf der hut sein mit dem mit der nahrung ich habe echt gedacht dass die beiden Flugdinos down gegangen wären weil ich jetzt über eine woche nicht mehr online war oder zwei wochen schon nicht mehr und ähm aber das ging aber das federvieh hätte das nicht überlebt und das vieh das wird mich echt interessieren das sieht echt nice aus okay das wird das wird eine herausforderung das ähm zu zähmen das war es aber von dieser folge sollte eigentlich nur so ein bisschen update sein weil ich habe ja jetzt nicht viel gemacht ich wollte sowieso nur die Dinos füttern und äh ja doch vielleicht kriege ich doch nochmal ein bisschen mehr Lust jetzt ARC zu spielen ich hatte echt keine Lust und bei äh Miss Survival glaube ich haben wir auch nur noch eine Ecke die wir erkunden müssen und dann ja gut die Räume noch aufknacken ja da wird es auch noch weiter gehen aber ich hatte echt keine Lust die Spiele zu spielen muss ich tatsächlich sagen und 7 days to die das Problem ist halt dass mein Bruder einen Server oder was heißt das Problem äh dass mein Bruder einen Server aufgemacht hat und dadurch äh ist der Server halt nur da wenn sein PC läuft also da könnte ich dann nicht alleine spielen oder er müsste halt den PC anmachen und anlassen ähm da muss ich dann auch mal gucken auf den anderen Server aber wie gesagt komme ich nicht drauf habe ich eben nochmal versucht das war es aber von dieser Folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder bis später Ciao